Musik Stellt euch vor, Doni ist der Maulwurfshügel und ich bin der Maulwurf und ich muss versuchen, mich aus dem Loch heraus zu drücken. Dafür lege ich mich als erstes komplett auf meine Seite und drücke mich am Schienbein von ihm nach hinten ab, so dass mein Po hinten aus dem Loch heraus geschoben wird. Nun kommt der Maulwurfshügel hinterher und ich drehe mich auf die andere Seite. Ich wechsle immer die Seiten.